Katrin da Costa wurde am 19. Juni 1956 geboren und arbeitete als Prostituierte in Stockholm. In der Highschool wurde sie auf tragische Weise heroinabhängig und wurde bald darauf obdachlos. Um ihre Sucht zu finanzieren, wandte sie sich der Prostitution zu. Ihr Leben hatte sich 1979 fast zum Guten gewendet, als sie nach Portugal zog und einen einheimischen Mann heiratete. Das Paar bekam einen gemeinsamen Sohn. Sie konnte jedoch ihre Heroinsucht nicht aufgeben und wurde nach Schweden zurückgeschickt, wo sie erneut gezwungen war, im Rotlichtviertel zu arbeiten. Sie war attraktiv, dunkelhaarig und sommersprossig, aber die Folgen der Drogensucht waren in ihrem jungen Gesicht zu sehen. Im Jahr 1984 verschlimmerte sich ihre Sucht und um ihren wachsenden Bedarf zu decken, nahm sie Kunden an, die als gefährlich bekannt waren. Irgendwann während der Pfingstfeiertage am 10. Juni 1984, einem schwedischen Feiertag, verschwand Catherine und wurde zuletzt gesehen, als sie im Rotlichtviertel aus dem Fahrzeug eines Mannes stieg. Ihre Mutter war alarmiert, nachdem sie nichts mehr von ihr gehört hatte und der schlimmste Albtraum aller Eltern sollte sich bald bestätigen. Am 18. Juli wurden Teile einer zerstückelten Leiche unter einer Brücke am Karlbergstrand in Solna, nördlich des Stockholmer Stadtzentrums, entdeckt. Sie waren in einem Müllsack geworfen worden. Weitere Leichenteile wurden am 7. August entdeckt. Haarsträhnen und ein blaues Handtuch wurden am Fundort neben dem Sack mit den Leichenteilen gefunden. Niemand wusste, wie lange der Sack dort gelegen hatte. Die Leiche wurde anhand von Fingerabdrücken als die von Da Costa identifiziert und aufgrund des Zustandes der Überreste konnte die Todesursache nicht festgestellt werden. Ihr Kopf, ihre inneren Organe, eine Brust und ihre Genitalien wurden nie geborgen. Die Medien und die Öffentlichkeit waren über die Umstände des Verbrechens empört. Zwar ist die Tötung von Prostituierten in diesem Land nichts Ungewöhnliches, doch der blutige und viszerale Schrecken der Zerstückelung, gepaart mit der Tatsache, dass die Überrüste wie Müll entsorgt wurden, rief die Wut der Medien, Aktivisten und Aktivistinnen gleichermaßen hervor. Feministische Aktivistinnen organisierten Kundgebungen und Proteste gegen die Gewalt, verbreiteten Petitionen und traten nach dem Mord regelmäßig im Fernsehen auf. Der Druck auf die Stockholmer Polizei war nun unbestreitbar. Kurz nach der Entdeckung der sterblichen Überreste wandte man sich an einen Pathologen in der Abteilung für Rechtsmedizin des Karolinska-Instituts. Die ersten Überreste wurden in der Nähe gefunden. Dr. Ted Herm war dafür bekannt, dass er sich Prostituierte und Gewaltpornos ansah, was von ehemaligen Kollegen als gruselig bezeichnet wurde. Er schickte seinen Freunden unaufgefordert Autopsieberichte mit anschaulichen Fotos und lud diese Freunde sogar ein, ihm bei Autopsien zuzusehen. Dennoch galt er als einer der aufstrebenden Köpfe in seinem Fachgebiet, veröffentlichte er im Alter von 30 Jahren zahlreiche Publikationen und hielt Vorträge auf mehreren internationalen Konferenzen. Sein Spezialgebiet war Strangulation und er galt als Experte für sexuelle Gewalt. Zwei Jahre vor der Ermordung von Catherine da Costa war Herms Frau Anne Catherine erhängt in ihrem Schlafzimmer aufgefunden worden. Obwohl der Fall damals als Selbstmord eingestuft wurde, vermutete die Polizei, dass es sich um einen Mord gehandelt haben könnte. Die Verstorbene war für eine Ausgepate gekleidet und hatte sich gerade von ihrem Mann scheiden lassen. Anne Catherine wurde an der Seite ihres Bettes hängend und mit einer Schlinge um den Hals aufgefunden. Nur zwei Monate später veröffentlichte Herm seine erste Arbeit über Strangulation. Die Polizei stellte fest, dass er nach dem Tod seiner Frau ungewöhnlich und gefühlslos wirkte und von vielen in seinem Leben als kalt und arrogant angesehen wurde. Angesichts der Art seiner Arbeit ist es jedoch nicht unvernünftig anzunehmen, dass er eine distanzierte Haltung einnimmt und sein persönlicher Charakter sollte keinen Einfluss auf die Fakten des Falles haben. Offiziell blieb diese Angelegenheit ein Selbstmord. Die Art der Zerstückelung ließ die Ermittler vermuten, dass es sich um einen Mediziner handelte und Herms eigener Vorgesetzter, Chovan Reis, kam zu dem Schluss, dass der Möhr eher im Zerstückeln von Menschen als von Tieren geübt war, was die Möglichkeit eines Metzgers oder eines anderen Tierarbeiters ausschloss. Herm wurde verhaftet, nachdem der Vater von Anne-Catherine der Polizei seinen Verdacht mitgeteilt hatte. 50 verschiedene Frauen aus dem Rotlichtmilieu erkannten ihn auf Fotos wieder. Eine sagte, er sei ihr gegenüber gewalttätig gewesen. Bei der Vernehmung log er darüber, wie oft er Prostituierte aufsuchte und behauptete, es habe nur einen einzigen Vorfall gegeben, während die Befragung im Rotlichtmilieu etwas anderes ergaben. Trotz der Verdachtsmomente wurden keine Beweise gefunden, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung brachten und er wurde fünf Tage später freigelassen. Später im selben Jahr unternahm er einen Selbstmordversuch, bei dem er einen großen Teil seines Gehörs verlor. Obwohl er in der schwedischen Presse nicht namentlich genannt wurde, kannten viele seine Identität und seine ehemalige Schwiegermutter, Anne-Catherine's Mutter, war bei der Boulevardzeitung Expressen angestellt. Die Zeitung stand im Mittelpunkt der Kampagne gegen ihn und porträtierte den Verdächtigen als Hannibal Lecter. Zur gleichen Zeit wurde Dr. Thomas Algen, ein Allgemeinmediziner, von seiner Frau in einer scheinbar nicht damit zusammenhängenden Angelegenheit angezeigt. Allgens Frau Christina beschuldigte ihren Mann des sexuellen Missbrauchs von Kindern und behauptete, er habe ihre 17 Monate alte Tochter belästigt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Allgens bereits geschieden und die Untersuchung ergab keine Beweise für einen Missbrauch. Das Paar trennte sich noch im selben Jahr. Einige Zeit lang kam wenig Bewegung in den Fall. Erst 1985 glaubte die Polizei, dass endlich ein Durchbruch gelungen war. Es stellte sich heraus, dass Ted Herm und Thomas Algen teilweise bekannt waren, da sie zwischen 1980 und 1981 18 Monate lang zusammengearbeitet hatten. Algen lud Herm und seine damalige Freundin angeblich sogar zu sich nach Hause zum Essen ein. Als Christina erkannte, dass es sich bei Herm um die Person handelte, die in der Presse als Verdächtiger genannt wurde, rief sie die Stockholmer Polizei an und fragte, ob es sich bei diesem Mann tatsächlich um Herm handelte. Die Polizei bestätigte schockiert, dass er es war. Bald darauf erhob sie eine neue Beschuldigung gegen ihren nunmehrigen Ex-Mann und behauptete, ihre Tochter habe gesagt, sie sei Zeugen einer Zerstückelung gewesen. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass die beiden Männer gemeinsam an den Mord an Katrin da Costa beteiligt gewesen sein mussten. Am 28. Februar 1986 wurde jedoch der schwedische Ministerpräsident Olof Palme in die Nähe seines Stockholmer Amtssitzes auf offener Straße ermordet und alle polizeilichen Ressourcen wurden auf die Suche nach seinem Mörder gelenkt. Das Attentat blieb unaufgeklärt und es wurden Tausende von Arbeitsstunden in diesen Mord aufgewendet. Im Herbst 1987 häuften sich weitere Beweise gegen das Paar. Die Besitzer eines Fotogeschäfts in der Nähe des Karolinska-Instituts behaupteten, dass im Sommer 1984 zwei Männer versucht hätten, einen Film in ihrem Geschäft zu entwickeln. Sie behaupteten, dass dieser Film Bilder einer Leiche enthielt, die zunächst enthauptet und dann zerstückelt worden war. Sie behaupteten, sie hätten die Polizei nicht alarmiert, weil die beiden Männer sagten, die Bilder seien Teil einer streng geheimen Untersuchung. Entscheidend war, dass sie bei einer Gegenüberstellung Algen ausgewählt hatten, wo sie sich bei Herm jedoch nicht so sicher waren. Die Polizei glaubte, genügend Beweise zu haben, um die beiden Männer des Mordes zu überführen und verhaftete sie im Oktober. Sie wurden im Januar 1988 vor Gericht gestellt. Der Prozess gegen Herm und Algen war ein Medienspektakel. Der Mord hatte bereits großes Interesse und Abscheu erregt und die Anklage gegen zwei angesehene Ärzte aus der Mittelschicht verstärkte die öffentliche Aufregung nur noch mehr. Die Staatsanwaltschaft behauptete, die beiden Männer hätten die Frau im Labor des Karolinska-Instituts ermordet und sie anschließend in den für die Gerichtsmedizin üblichen Einrichtungen aufgeschnitten. Die Verteidigung argumentierte jedoch, dass die Beweise für ein Kind, das zu diesem Zeitpunkt 18 Monate alt war, unsicher waren, weil Algens Ex-Frau interpretiert hatte, was ihr ursprünglich gesagt worden war und Kinderpsychologen sich anschließend unethisch verhalten hatten. Die Mutter wird mit den Worten zitiert, ihr Kind habe ihr damals gesagt, dass sie ihr den Kopf abschlugen und dann wurde die Frau zerstückelt. Die Beweise für die Tochter von Algen waren jedoch nicht die Gesamtheit der Fälle gegen ihn und Herm. Unter anderem sagten die Besitzer des Fotogeschäfts aus, dass Herm in Begleitung von da Costa war. Einer sagte, er habe beide Männer zusammen mit dem Kind in der Gerichtsmedizin gesehen, obwohl die beiden Männer behaupteten, sich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen zu haben. Warum Algen seine Tochter zu einem Mord mitnahm und versuchte, einen Beweisfilm zu entwickeln, wurde nicht geklärt, da dies kaum die Handlung zweier kundiger Personen zu seinen schien. Herm, der in einem Labor arbeitete, hätte mit ziemlicher Sicherheit über private Fotoeinrichtungen verfügen können, die er hätte nutzen können, wenn die Männer auf der Suche nach einer Trophäe gewesen wären. Hauptsächlich aufgrund der Aussage von Thomas Algen, damals fünfjährige Tochter, wurden sowohl Herm als auch Algen des Mordes an Katrin da Costa für schuldig befunden. Viele waren der Meinung, dass die Integrität des Prozesses dem Druck von Aktivisten und der Sensationslust der Boulevardpresse gewichen war. Dies hatte schwerwiegende Folgen, als die Geschworenen in der schwedischen Zeitung Avtonbladet interviewt wurden und sich zu den Entscheidungen des Gerichts äußerten. Der oberste Gerichtshof hatte keine andere Wahl, als das Verfahren für fehlerhaft zu erklären. Die Entscheidung wurde als ein weiteres Beispiel für Männer dargestellt, die mit Gewalt davonkommen. Andere sagten, ihr sozialer Status und ihre guten Beziehungen hätten dafür gesorgt, dass sie ungestraft davon kamen. Der Druck der Öffentlichkeit und der Medien ließ wieder nach und es wurde ein zweiter Prozess angesetzt. In diesem zweiten Prozess wurde die schwedische Gesundheits- und Wohlfahrtsbehörde damit beauftragt, die Todesursache des Opfers zu ermitteln. Angesicht des schlechten Zustandes der sterblichen Überreste konnte man nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass Katrin da Costa tatsächlich ermordet wurde. Während die Presse die Entscheidung angesichts der Zerstückelung als absurd darstellt, darf nicht vergessen werden, dass das Gleichgewicht der Justiz auf dem Urteil beruht, das über jeden begründeten Zweifel erhaben ist. Ohne tatsächliche Beweise für die Ermordung des Opfers wurden Herm und Algen von der Mordanklage freigesprochen. Gleichzeitig glaubte der Richter der Aussage von Algens Tochter und stellte fest, dass das Duo die Leiche tatsächlich zerstückelt hatte. Die Anklage war bereits verjährt. Die Folgen des Prozesses blieben für Herm und Algen nicht ohne Folgen, da beide Männer im Mai 1989 mit einem Berufsverbot belegt wurden. Mehrere Einsprüche der Männer vor dem obersten Gerichtshof Schweden, den obersten Verwaltungsgericht Schweden und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte konnten dieses Urteil nicht aufheben. Auch die Entschädigungsforderungen des Duos wurden abgelehnt. Der Ausgang des Prozesses sollte Schweden spalten und viele glaubten, die beiden Männer seien mit einem Mord davon gekommen. In den darauffolgenden Jahren und nach neuen Untersuchungen durch die Presse- und Krimiautoren sind die meisten jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass die gesamte Strafverfolgung der schlimmste Justizirrtum war, den es in Skandinavien je gegeben hat. Es gab kein einziges physisches Beweisstück, das einen der beiden Männer für das Verbrechen in Frage kommen ließ. Und ein Großteil der Verdächtigungen scheint durch persönliche Rachegelüste genährt worden zu sein. Diese stammen von der Familie von Harms, verstorbener Frau Anne Catherine, und von Algens Frau. Diese Anschuldigungen, gepaart mit politischem Aktivismus und schmutzigen Details aus dem Privatleben der Männer, insbesondere Harms häufigen Umgang mit Prostituierten und seiner unheimlicher Art, sorgten für ein perfektes Medienspektakel und erzeugten ein Gefühl der Historie und moralischen Panik in dem Fall, der in einem Schauprozess endete. Tatsächlich basierten die Hauptbeweise gegen die Männer auf der Aussage eines fünfjährigen Kindes, von dem viele glauben, dass es von seiner Mutter unsachgemäß angeleitet wurde, was zu einem falschen Erinnerungssyndrom führt. Welche Personen falsche Erinnerungen haben können und welche Rolle äußere Einflüsse bei ihrer Entstehung spielen können, ist unter Wissenschaftlern weithin anerkannt. Oft wird in den Nacherzählungen die Behauptungen von Algens Ex-Frau ausgeklammert, seine Tochter habe auch vom Ritualmord, Kannibalismus, homosexuellen Verkehr und dem Grillen von Köpfen gesprochen, was darauf schließen lässt, dass auch andere Ärzte in eine Verschwörung und einen Kult verwickelt waren. Diese fantastischen Behauptungen schienen von der weit verbreiteten moralischen Panik in den 80er Jahren über den rituellen Missbrauch durch Satanisten beeinflusst worden zu sein, die inzwischen weitgehend widerlegt ist. Tonbandaufnahmen von Gesprächen mit dem Kind zeigen, dass es nichts sagte, was unabhängig als Anschuldigung gelten könnte und dass seine Antworten von seiner Mutter interpretiert wurden. Nach diesem Fall wurde Algen dauerhaft von seinem Kind getrennt. Das Kind war erst 18 Monate alt, als es die Zerstückelung miterleben sollte und dennoch sollte es in der Lage sein, den Kinderpsychologen glaubhaft Beweise zu liefern, die sie zwei Jahre später vor Gericht gegen die Ärzte verwenden konnten. Das ist nicht zu glauben. Leif Persson, der weiterhin angesehene Autor und Leiter der Forschungsabteilung der schwedischen Nationalpolizei, stimmt zu, dass die beiden Männer unschuldig waren. Persson berät die Polizei seit 40 Jahren und war von Anfang an in den Mord an Catherine Bündner Costa involviert. Er beschreibt die Ermittlungen als eine der schlimmsten Mordermittlungen, die er je erlebt habe. Als ich zum ersten Mal von dem Fall und der Verhaftung von Ted Hörm hörte, war ich skeptisch. Ich habe Tausende von Stunden damit verbracht, diese Untersuchungen zu studieren und ich bin überzeugt, dass beide angeklagten Ärzte unschuldig sind. Es gibt überhaupt keine Beweise. Die Ermittlungen wurden von faulen und voreingenommenen Polizisten durchgeführt und die Medien waren wütend. Waren seine Worte Im Jahr 2005 untersuchte die Polizei das Handtuch, das in der Nähe der zweiten Mülldeponie gefunden wurde, auf seine DNA. Es wurde nachgewiesen, dass die Haare auf dem Artikel nicht von einem der beiden Ärzte stammten. 2009 stellte die Polizei die Ermittlungen zum Mord an Katrin da Costa offiziell ein. 25 Jahre sind seit diesem Verbrechen vergangen und die Verjährungsfrist ist nun abgelaufen. Da sich die meisten inzwischen einig sind, dass Herm und Algen unschuldig waren, konzentrierte sich die Spekulation darüber, wer wirklich verantwortlich war, auf einen Mann, Stanislav Gonerka. Gonerka war 1984 gerade aus einer psychiatrischen Anstalt entlassen worden und sein Name wurde in da Costa's Tagebuch entdeckt. Er war zu der Zeit des Mordes mit Prostituierten in Stockholm gesehen worden und viele sagten, sie hätten Angst vor ihm gehabt. Gonerka war Metzger und wurde 74 wegen des Mordes an einer jungen Frau zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er erwürgte sie, zerstückelte die Leiche und warf die Überreste in Müllsäcken weg. Der Kopf wurde nie gefunden. Gonerka starb 1987. Obwohl Stanislav Gonerka gut zu dem Mord an Catherine da Costa zu passen scheint, bleibt der Fall offiziell ungelöst. Für Herm, Algen oder die Familie von Catherine da Costa ist das wahrscheinlich ein schwacher Trost. Die Fokussierung auf die beiden Verdächtigen, die auf wenig mehr als Klatsch und Tratsch, falschen Zeugenaussagen und der öffentlichen Abneigung gegen sie persönlich beruhte, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ein brutaler Mörder frei herumlaufen konnte. Angetrieben von der Boulevardpresse und politischen Druck verloren die Ermittlungsbehörden und die Justiz jeden Sinn für Unparteilichkeit und Distanz und schufen eine hexenjagdähnliche Atmosphäre, die das Leben und die Karriere von zwei der vielversprechendsten Stockholmer Ärzte zerstörte und eine Familie ohne echte Gerechtigkeit zurückließ. Bis heute kursieren im Internet Behauptungen, Herm und Algen seien Mitglieder einer satanischen Sekte gewesen, hätten viele weitere Frauen ermordet, Kannibalismus und sogar Vampirismus praktiziert. Der Fall, in dem die Entschädigung immer wieder verweigert oder die Wiederaufnahme der Arbeit gestattet wurde, war einer, in dem es für niemanden Gerechtigkeit gab. Er wird als einer der dunklesten und beschämendsten Fälle in der schwedischen Kriminalgeschichte in Erinnerung bleiben. Sprechung 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 Vielen Dank.